Bereit zum Spielern! Es geht schon wieder los! Anpfiff! Diplomati! Ey, ich werd umgefahren hier. Du bist auch ein kleiner Umfahrer. Was? Ja, hier haben wir ja auch mal die Wahrheitsfolge gespielt. Aber... Du hast nie die Wahrheit gesagt. Ich bin die Wahrheit. Du bist die Wahrheit in Person? Ja. Und das ist hier ein bisschen zu laut. Was soll denn dat? Was ist zu laut? Der Ingame. Dat Ingame? Dat Ingame hier. Dat Ingame Sound. Sound. Was haben wir hier so Feindes? Ja, nehmen wir gerne mit. Ja, nehmen wir auch mal mit. Nehmen wir auch gerne mit. Er ist jetzt schon wieder am Panzer. So ein kleiner Lümmel. Das ist gefährlich. ... Untertitelung. BR 2018 Das war's. Mutig er ist. Die Schweigfolge hier. Die Schweigfolge, du sagst auch nichts. Kleiner Lüge. Ich seh ihn nicht mal. La, 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 la. Ich seh ihn nicht mal. Wie sie beide ruhig sind, ey. Geil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wo ist denn der Verrückte? Ich bin jetzt ganz oben Hä? Wieso fragst du mich, wo ich bin? Wo karrst du denn rum? Ja, wo karrst du denn rum? So, Zeit ist um Hä, wo bist du denn? Och man, wieso sagst du das mit... Ja! Und du gewinnst doch noch! Ja sicher, ich war der Aggressivere in der Runde! Wo warst du? Wo warst du? Das sah aus, als wärst du im Motorrad, ey! Du warst so schnell unterwegs! Ja, keine Ahnung, das war komisch! Äh, ja! Hä? Mist! Äh? Was? Na ja... Kackeverdammt! Kackeverdammt! 1-0! Ja! Für die Leute, die sich längere Folgen wünschen, könnte das hier wirklich ein Highlight werden! Wieso hast du das mit der Zeit zu spät gesagt? Hä? Warum? Ich achte da nie drauf! Ich auch nicht! Ich hab nur gedacht, scheiße! Dann wäre ich da nach unten gegangen! Ich dachte nur, scheiße, wie lange hab ich noch, um ihn zu killen! Hast du den Panzer anders hingestellt? Nee, ist alles wie beim letzten Mal! Du kennst mich doch, ich verändere doch nix! Wieso willst du denn den Panzer? Vielleicht, mein Freund! Das würde ich dir nicht raten! Wieso? Okay, versucht er gar nicht! Er will wieder den Hedi nehmen! Welchen Hedi? Wo will er hin? Oh shit! Steig ein, steig ein! Ja! Oh nein! 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 Da fang ich von da! Manno! Eins, eins! Völlig überhektisch da! Ich dachte, ich fall nur eine Etage tief! Das war ja einfach! Ach, halt die Klappe! Lächerlich! Lächerlich! Aber eins, eins! Ja, schnelle Runde! Schade, ich wollte ein bisschen die Länge ziehen! Künstlich? Ja, künstlich! Ah, ärgerlich! Aber die Map ist cool, finde ich! Ja, ist in Ordnung! Ist besser als Wolkenkratzer! Nee, 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 nee! Es gibt nichts besseres als Wolkenkratzer! Doch! Aber ich finde die Atme auch geil hier! So schön Regen! Oh, ich liebe Regen! Dieser Regen-Sound! Der Regen-Sound! Der Regen-Sound! Wenn ich jetzt wüsste, ob man das machen kann! Ja, kann man! Der Alf geht wieder zu seinem Panzer! Aber natürlich! Nein! Wow! Alter! Selbstmord? Fast! Schade! Er sitzt wirklich schon wieder im Panzer! Meine Lümmels! Und jetzt! Und jetzt! Schade! Und jetzt! Schade! Okay! outros! IKEA! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Ach, scheiße. Tja, Alf. 3-3, das wird eine spannende Folge. Das ist jetzt schon eine spannende Folge. Wo hattest du so schnell den Raketenwerfer auf der Seite her? Das war ein Heli. Ah, okay. Nee, das war der Raketenwerfer, ja, ja. So ein Schnacker, ey. Ja gut, das hatte ich bei der Planung der Map nicht bedacht. Nicht bedacht? Oh. Was kam denn das? Was ist das denn hier? Ja. Ich stasche denn. So, was mache ich jetzt? So, was mache ich jetzt? 3-3, ist ja richtig spannend. Okay, noch eine Taktik. Tick, tack, tick, tack. Ja, jetzt kommt es echt drauf an. Ja, ich glaube, du gehst eh wieder zum Panzer. Nö. Doch. Meinst du? Ja, ich seh's schon wieder. Kleiner Lümmel. So, beeil dich, Minion. Komm, flieg vom, bitte, vom, flieg bitte vom Dach. Bitte, bitte, bitte. Komm, ach nee, er sitzt im Panzer schon wieder. Jetzt macht er mein Panzer kaputt, oder was? Ja. 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 Oh nein. Ja. Oi, 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 oi. Nein, ich war doch schon draußen. Nee. Mensch, Gülder, vielen Dank. Scheißen Dreck, ey. Mann, ich habe so eine gute Taktik gehabt. Das war gut, ne? Ich wollte mir jetzt nämlich runter und den anderen Heli holen. Pff, scheiß Taktik. Nee, dann wärst du untergegangen. Also 4-3 habe ich gewonnen, das war eine starke Leistung von mir. Ach komm, war lange ausgeglichen. Ja, ich dachte wirklich eine geile Folge. Unterm Strich, verdammt. Unterm Strich. Ja, muss ich wieder deine Folge gucken und lernen die Fehler bei mir selbst suchen. Ja, 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 genau. Aber jetzt kann ich ja hier den nächsten Map bestimmen. Nö, ich bestimme jetzt. Nö, ich habe verloren, ich darf bestimmen. Aber nicht Wolkenkratzer. Leute, zu 1000% wird der Alf jetzt Wolkenkratzer nehmen, weil er jetzt verloren hat. Ja, sicher nimmt er Wolkenkratzer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss. Und au. Wiedersehen. Wiedersehen.